Und lieber Thorst, entführe uns auf die uns erwartende Map. Ah, ich soll euch entführen? Also die Teams entführen uns im Zweifel dann gleich nachher wieder. Aber wir können natürlich trotzdem gerne mal drauf gucken, was spielen wir denn hier? Wie sieht denn der Map-Bahn aus? Und da haben wir als erstes einmal Theme Park gebannt von Effect Gaming Café und Clubhouse. Ach so, ich bin im falschen Match. Moment. Theme Park, Konsulat und Coastal ist von Alpenfest und gebannt. Ich habe noch die Seite vom ersten Match auch gehabt. Café, Villa und Oregon sind rausgenommen vom Berglan. Und damit bleibt noch übrig Clubhouse. Und ich habe es gerade eben schon offscreen gesagt. Da haben wir schon gesehen, bis Coastal hatten wir die Bands quasi schon vor der Nase. Und dann habe ich mir überlegt, wir haben gestern Oregon gesehen. Den hat der Berglan ja gestern schon gespielt. Das war ein sehr, sehr starkes Match gegen Alkina. Sie sind zwar leider unterlegen, aber haben ein ordentliches Match gezeigt. Und ich habe mir fast gedacht, wir sehen vielleicht noch mal Oregon. Aber nein, Berglan hat sich entschieden, wir nehmen Oregon raus und dafür Clubhouse rein. Und warum auch nicht? Ja, uns soll das erstmal recht sein. Ein Clubhouse, ja, haben wir gestern uns schon lang und breit drüber unterhalten. Ist eine sehr, sehr schöne Map, um sich mal kräftetechnisch zu messen. Und dementsprechend vollkommen gerechtfertigt dieser Pick. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie beide dort drauf performen werden. Ich bin immer noch der Meinung, es wird keinen sehr klaren Gewinner geben. Das wird sich so ein bisschen die Waage halten. Und wenn ich jetzt irgendwas prognostizieren müsste, würde ich sagen, das ist so ein 7-5 Game. Für wen, weiß ich noch nicht. Bin ich mal sehr gespannt. Also ich kenne das Line-Up vom Team X-Ray von Alpenfestung tatsächlich gerade nicht ganz. Die Namen sind einem schon mal zumindest teilweise geläufig. Aber zumindest habe ich sie gerade keine Spieler da im Speziellen im Hinterkopf. Deswegen bin ich aber sehr, sehr gespannt, wie die sich schlagen werden. Bärklang, klar, die kennen wir. Die sind in der Essential League dabei. Die haben wir jetzt schon eine Weile verfolgt. Die können richtig, richtig stark spielen. Aber ich denke mal, jetzt gucken wir mal Alpenfestung X-Ray. Die sind ja auch gar nicht so weit. Haben wir doch auch schon gesehen, oder nicht? Im letzten Qualifier waren sie tatsächlich schon mit dabei. Nee, stimmt nicht. Oder sie sind in der ersten Runde rausgeflogen. Ich meine, den Namen hätte ich aber auch schon mal gehört. Deswegen bin ich gerade ein bisschen irritiert. Die haben tatsächlich in Q3 und Q4 auch schon mitgespielt. Allerdings tatsächlich beides mal in der ersten Runde verloren, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber gut, sie hatten auch als erstes Mal Wookiee eSports, die wir ja gesehen haben, die schon richtig stark unterwegs sind als Gegner. Und in der nächsten Runde dann Walkits, den Qualifier, wo sie schon mitgespielt haben. Aber da sind auf jeden Fall schon ordentliche Gegner. Trotzdem bin ich mal gespannt, wie es heute gegen den Bergland geht. Und dann werden wir mal sehen. Also ich glaube, wenn der Bergland heute wieder einen guten Tag erwischt, dann wird es potenziell für die eine runde Sache. Aber auch Alpenfest und Team X-Ray will ich da auf jeden Fall nicht rausrecken. Nö, 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 nö. Also wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Match zwischen den beiden. Da dürfen wir uns auf was freuen. Ihr dürft euch auch freuen. Und zwar, wenn ihr gewinnen würdet bei unserem Gewinnspiel. Und das könnt ihr abrufen unter Ausrufezeichen Gewinnspiel oder Ausrufezeichen Giveaway. Dort einfach auf den vorhandenen Link klicken und ein paar Fragen beantworten, E-Mail reintackern. Und dann seid ihr vielleicht am Ende dieses Monats dann ein glücklicher Gewinner des 3.000 Euro schweren Laptops von Asus Rock. Und das ist der Strix 17 SCAR. Nennt sich das gute Stück. Und wenn ihr da mal in die Spezifikationen reingucken wollt, wie gesagt, 300 Hertz. Der liebe Schello schreibt es auch gerade. 300 Hertz. Bildschirm an einem Laptop, das ist schon mal eine krasse Sache. Neuester i9-Prozessor. Die neueste 280 GTX. Super. Also, was will man mehr? Ja, das ist absolut ein Wahnsinns-Teil. Wie gesagt, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, da sind die Sachen, die bei mir und ich glaube bei dir auch unterm Schreibtisch steht, die können da nicht mithalten. Und das Ding ist ein Laptop. Also, von daher, nicht ganz ohne. Das könnt ihr gewinnen, wenn ihr einfach mitmacht bis Ende September. Dann wird ein Gewinner gezogen und ausgelost. Und dann ist einer von euch dann danach stolzer Besitzer dieses wunderbaren Laptops. Und wenn ihr euch fragt, für was sind die Teams eigentlich hier? Natürlich erstmal heute und morgen noch, um die letzten Punkte für die Playoffs zu kriegen. Und wenn es dann soweit ist in den Playoffs, dann gewinnen natürlich auch die Teams. Jetzt war es der erste Platz zum Schluss. Kriegt fünf Asus Rock Theta 7.1 Gaming-Headsets und fünf Gold-Surprise-Boxes von Ubisoft. Ihr fragt euch sicherlich, was ist da so drin? Wir hatten keine Ahnung. Deswegen heißt es ja Surprise-Box. Der zweite Platz kriegt fünf Asus Rock Strix B für eine 550F Gaming-Mannerboards. Und auch ein paar Surprise-Boxes in Silber. Und der drittplatzierte zum Schluss kriegt noch fünf AI-Noise-Canceling-Mikro-Adapter und fünf Bronze-Surprise-Boxes. Also das sind für die Teams drin, die dann mit gewinnen oder nicht gewinnen. Und wie macht man denn mit? Einfach mal auf die UPL-Seite drauf gucken. Ihr könnt euch auch fürs letzte Qualifier morgen noch anmelden als Team und noch mitspielen. Und das ist ein schönes Punktesystem mit den Qualifierern. Das heißt, man kann auch im letzten Qualifier, wenn man ordentlich weit kommt und ordentlich Punkte sammelt, das tatsächlich auch noch schaffen, in die Playoffs zu kommen. Aber da muss man schon ordentlich was drauf haben. Aber das haben die Teams bis jetzt, was wir so sehen. Von daher, mal sehen. Das ist richtig. Drauf habe ich zum Beispiel auch heute eine schöne Käppi von Asus Rock. Also falls ihr auch noch ein bisschen Merch oder so für euch sucht. Was jetzt vielleicht nicht unbedingt nach Merch aussieht. Also wie gesagt, hier gibt es ja auch noch dieses Game-On-Shirt, was ich jetzt gerade anhabe. Ich habe noch ein anderes mit so einem Queren. Sieht ein bisschen so Cyberpunk-mäßig aus. Mit so einer Aufschrift. Die ist sogar so gemacht, dass sie Licht reflektiert. Also sie könnte auch beim Fahrradfahren anziehen. Der liebe Torsio hat auch noch was Schönes an. Also sie haben generell auch ziemlich coole... Das sieht man bei mir immer so ganz schlecht, weil mein T-Shirt so bei hinten ist. Aber ich habe auch dieses wunderschöne... Also ich finde das Motiv von Asus Rock echt klasse. Auf dem T-Shirt. Und ja, wir sind da auf jeden Fall auch mit ausgestattet worden. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein ins Match. Denn die Jungs und Mädels sind soweit von Bär-Clan und von Alpenfestung Team X-Ray. Wir fliegen nochmal drüber über Clubhouse. Und dann schauen wir uns an Match Nummer 2 heute. So sieht es aus, ihr Lieben. Das sind wieder viele Alpenfestung-Fans am Start. Und das ist gut so. Denn es ist natürlich immer sehr, sehr vorteilhaft. Wenn auch ihr hier seid und euer Team mit anfeuert und auch mal schaut, wie das Team spielt. Ich denke mal, ich brauche nicht fragen, wer von euch jetzt hier der Meinung ist, dass die Alpenfestung das Ding mitnimmt. Und ich glaube, die Logos dort sprechen schon für sich. Aber was ist mit den Bär-Clan-Fans? Sind die dann auch da? Zeigt euch mal. Traut euch. Ihr müsst euch nicht verstecken. Wir kennen den Bär-Clan und wissen, der kann auf jeden Fall auch was. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir gucken uns mal die Bands an. Und da sehen wir Thatcher und Maverick. Also Standard, könnte man sagen. Kaid, yo. Das sehen wir auf der Map auch sehr, sehr häufig. Jetzt fehlt noch ein Vision-Operator. Zum Beispiel eine Mira oder auch ein Echo. Und dann ist die Sache geritzt. Da ist er auch schon. Und damit gehen wir in Runde Nummer 1 auf Clubhouse. Ja, Bandphase kurz und knackig. Abgehakt. Zack. Erledigt das ganze Spielchen. Keine Überraschungen, was das angeht. Und damit starten wir in die erste Runde. Gucken wir mal. Altenfestung. Team X-Ray startet in der Defense. Und es geht zuerst für die Kollegen in den Keller, so wie es aussieht. Church und Arsenal. Geht's los. Und dann gucken wir mal, wie das Spiel so läuft. Line-Up technisch sind da keine großen Überraschungen dabei. Zumindest unten nicht. Mozzie war Mai. Maestro immer schön. Smoke mit dabei. Noch ein Jäger. Die Kali oben rechts hätte ich noch am ehesten als Überraschung empfunden hier auf Clubhouse. Aber wir sehen, es ist noch nochmal ein Sixpick. Der gute Zero, schätze ich mal, wird er ausgesprochen. Ist heute dabei beim Bär-Clan. Und nimmt doch eine Ash mit als Sixpick. Warum auch nicht? Ja, und damit schauen wir uns doch mal an, was man hier seitens Alpenfestung so zaubert. Unten im Basement. Und ich weiß, bin jetzt gerade nicht sicher, ob wir gerade auch in dieser Runde zu Anfang keinen Ton haben. Ich höre zumindest keine... Du hast Ton? Ah, jetzt höre ich auch Ton. Ja, alles gut. Ich musste hier mal kurz refreshen. Das lag an mir. Also, Shadow kriegt schon wieder Schweißausbrüche hier in der Regie. Aber diesmal lag es an mir. Also, alles gut. Ich höre auch Ton. Es wird hier also verbarrikadiert ohne Ende. Es läuft also. Also, dementsprechend haben wir jetzt hier gleich die Action-Phase von Bär-Clan, der sich ja doch gegen diese sehr, sehr starke Mannschaft auch behaupten muss. Und da geht sie auch schon los. Schauen wir mal an, was sie für eine Attack spielen wollen. Man geht hier auf jeden Fall erstmal auf absolute Konfrontation seitens dem lieben Sledge, also seitens Basti, der sich kurz mal aufs Dach stellt und freudig vom Dach ins Gebäude rein. Und dann knallt. Ich weiß nicht genau, was er da mitbezwecken wollte. Wahrscheinlich diese Sidewall hier öffnen. Oder zumindest mal abämmen. Ich weiß nicht, ob die Feuer schon offen war. Das konnte man relativ schlecht sehen. Aber das ist relativ unwichtig auch gerade. Denn es ist auch kein Kill gefallen. Es ist nicht mal Schaden gemacht worden. Es sah einfach nur interessant aus. Dementsprechend läuft das soweit. 2 Minuten 16. Alles noch im grünen Bereich. Es wird gedroht. Und wir haben die Central Stairs jetzt unter Kontrolle, unter Vision Control. Noch nicht direkt unter physischer Kontrolle. Aber man ist auf jeden Fall schnell dabei. Und hier sehen wir gerade, da kriegt man gleich von hinten nämlich was mit. Da war Zero nämlich am Start. Da hat man sich ganz fix mal kurz in Construction vorgewagt. Und da den Garaus gemacht. Und wer sitzt denn da hinten noch? Ist das etwa der liebe Joe? Ich glaube auch. Von der Umrandung her. Aber schade. Kann aber den Kill nicht setzen. Das ist natürlich ärgerlich. Zero kriegt damit seinen zweiten Kill. Und holt sich auch den guten Mozzi ab. Damit wichtig vor allem für Bergland in der Tech, sich den Topfloor direkt zu klären. Und auch da nicht so viel Zeit zu verlieren. Und jetzt kann man hier natürlich den Spot durchaus auch ein bisschen leichter ausspielen. Nachdem man hier jetzt ein bisschen weniger Leute ist bei Alpenfestungen in der Defense. Also von daher mal sehen, ob das was wird. Aber ich denke, Utility und so weiter hat man da auf jeden Fall reichlich dabei. Ja, ich habe erst gedacht, er sitzt hier noch safe in blue mit den ganzen ADSs oder so. Aber gut, wenn Beninator natürlich einfach reinmarschiert kommt, da hilft dir das Ganze auch nicht wirklich viel. Das war es mit dem Bamai. Dönerrolle ist noch dabei. Astrea auch noch, wollte ich gerade sagen. Aber nein, Beninator setzt da gleich den Kill. Kriegt auch den zweiten noch. Und damit ist es direkt mal ein Flawless-Sieg. Eine Flawless-Runde, mit dem der Bergland hier startet. Ja, das kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen, was man hier seitens Bear-Clan spielt. Das war sehr, sehr solide. Auch wenn ich anfangs ein kurzes Fragezeichen über dem Kopf hatte. Weil ich, wie gesagt, nicht ganz wusste, auf was der liebe Sledge da denn genau schießt. Wie gesagt, bin immer noch der Meinung, das war die Sidewall, die man da so ein bisschen mit up-aimen wollte. Um dort eben nicht, ja, gepre-fired zu werden. Und gespawnt kriegt vielleicht sogar. Aber gut, also Alpenfestung muss jetzt hier nochmal ein bisschen anziehen, was die Verteidigung angeht. CCTV ist jetzt der Raum, den sie für sich beansprucht haben. Denn unten, ja, da lief es ja, wie gesagt, gerade nicht ganz so gut. Stellungsspiel war gut. Aber bei den Abschlüssen hat es ein bisschen gehapert. Aber was sage ich hier auch groß und laut? Es steht ja gerade mal 1 zu 0. Also das ist, wenn man es genau nimmt, noch nichts. Nö, wir sind ja gerade erst, wir haben ja gerade erst angefangen mit dem Match. Also von daher, da warten wir natürlich alles in Ruhe noch ab. Alpenfestung entscheidet sich, direkt den Spot zu wechseln. Das ist natürlich potenziell ihre Entscheidung, wie auch immer man das Ganze natürlich angeht. Bleibt ihnen überlassen. Man hätte durchaus Basement vielleicht nochmal probieren können. Aber man kann auch direkt den Spot wechseln. Versucht es vielleicht dann später nochmal. Die Entscheidung liegt natürlich bei Alpenfestungen. Ist natürlich immer die letzte Runde, die erste Runde. Wir haben es gesehen. Es ist durchaus immer eine gute Idee, finde ich eigentlich. Wenn man im Basement ist, oben durchaus mal zwei Leute in den Roam abzustellen. Da nimmt man in der Regel nämlich sehr, sehr viel Zeit von der Uhr und den Attackern weg. Ja, Risiko ist natürlich aber immer da, wenn man das macht. Und das haben wir gerade gesehen. Das hat der Bergplan nämlich genutzt. Wenn man die zwei dann oben nämlich verliert in der Defense und die zwei Roamer verliert, dann hat man natürlich eine geschwächte Verteidigung. Also von daher, netter Versuch für Alpenfestungen. Es hat nicht ganz geklappt. Man nimmt jetzt direkt einen anderen Spot und dann versucht man es vielleicht in der späteren Runde nochmal. Oh, oh 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 Ja New Holland Ich glaube Fox hat gerade irgendwie Kurz einen Moment Ausheim oder sowas Wir haben gerade kurz aus der Regie Was gerickt Fox bist du wieder da? Ich bin die ganze Zeit eigentlich da Ja also ich höre dich auch Ich höre ja ich auch Okay Okay Ja Okay alles klar Wie gesagt vielleicht auch in der Regie gerade irgendwas Nicht ganz Wie auch immer Hat sich damit erledigt das Thema Wir haben gerade kurz einen Zwischencall aus der Regie gekriegt Aber alles gut CCTV und Cash ist der nächste Spot Aber eigentlich wollten wir ja gerade über die Rindung nochmal reden Beziehungsweise ich habe dich ja gerade effektiv damit so ein bisschen unterbrochen Also bitte Ja Ja wie gesagt ich war ja eigentlich im vollen Cast So war nicht Also die ganze Zeit hier am quatschen gewesen Hat man mich leider nicht gehört Es war wie gesagt eine Ja sehr sehr schöne Runde Die Altenfestung da von der Verteidigung her Aufgebaut hatte Und auch vom Stellungsspiel war das wieder sehr sehr fein Aber man hat bei Bär irgendwie taktisch Ganz schön In die Folgen gegriffen Auch wie gesagt mit der Catbog Aktion Dass man ihn da wieder zu zweit rausgeholt hat Und New Holland Der ist Gerade weiß ich nicht was der gefrühstückt hat Aber der ist gerade auch richtig auf Zack Und kann gerade einen Abschluss nach dem anderen für den Bärclan holen Interessant Schauen wir mal Ob Altenfestung sich jetzt hier Jetzt nochmal wie gesagt auf demselben Spot Da ein bisschen Ja Anders aufstellt vielleicht Um da diesen sehr sehr gefährlichen Spielern auch aus dem Weg zu gehen Auf jeden Fall muss Altenfestung ein bisschen aufpassen Denn wir sind natürlich hier auf Clubhouse Wo potenziell auch wie Eigentlich ja gestern schon gesagt haben Aber gestern dann auch Valraven das Konzept ein bisschen über den Haufen geworfen hat Nämlich dass man auch auf Clubhouse in der Regel mehr Defense Runden gewinnt So ein 2 zu 4 Spielstand Wie sieht man dann mal zur Hälfte Wie gesagt gestern hat Valraven schon gezeigt Es kann auch gegen einen Wii Sports richtig anders laufen Und vielleicht Macht der Altenfestung auch nachher in der Tech Was aber Bärclan 2 0 in der Tech Ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start Und auch ein guter Start in diese Runde ist Dass man sich den OpenEQ jetzt hier schon mal holt Aber Kärchen ist noch dabei Kriegt zumindest den ersten WiiFack auf Zero Und sitzt hier in der Bar im Moment noch ganz entspannt Entspannt vielleicht nicht mehr Aber sitzt da noch Und solange der da noch sitzt Muss der Bärclan sich mit dem Kollegen da erst einmal auch noch beschäftigen Hatte ja auch jetzt Unterstützung von Astraea Der für einen Smoke sehr weit weg ist vom Spot Muss man sagen Aber Bisschen ungewöhnlich Vielleicht funktioniert es ja trotzdem Aber auf jeden Fall Ein Teammate zu unterstützen da an der Stelle Ist gar keine blöde Idee Ja Schön Das war wichtig Das war sehr sehr wichtig Dass er den jetzt da geholt hat Denn das war jetzt so ein bisschen das Verbindungsglied Nach oben auf CCTV Und die hat man natürlich jetzt unterbrochen Denn jetzt ist Astraea da so ein bisschen aufgeschmissen Denn er wird jetzt von zwei Seiten belagert Zumindest denkt er das noch Denn jetzt gibt es die Rotation von New Holland Aieieieiei New Holland Was ist denn heute mit dir los? Was geben sie dir nur zu essen? Mein Lieber Was gibt es da Feines Das dich so Frack stark heute macht? Jetzt Beninator raus Joe Korn Derjenige der hier den Frack zieht Mit der Alda Das Magnet System Ist am Start Jetzt hier Full Flash Joe Korn Kann sich aber verstecken Dönerrolle holt I Black Und damit Wieder den Operatorenausgleich Basti legt aber nochmal nach Joe Korn rausgenommen Jetzt liegt es erneut An der Dönerrolle Und ich hatte gerade eben schon so schön gesagt Hoffen wir mal Dass die Dönerrolle mit allen drei Soßen ist Und besonders scharf Denn jetzt muss er Hier ganz schön was leisten Beide Full Life Beide am Start Und wollen jetzt hier Auf den Spot drauf Der Diffuser wäre auch In greifbarer Nähe Er hat jetzt da nur Seinen Mobile Shield Was ihn so ein bisschen Abschirmt Ach wenn er wüsste Wenn er wüsste Das sagen wir relativ häufig Weil wir so schön viel sehen können Und sie aber nicht Und zum Glück auch nicht Jetzt gibt es nochmal Von der Dönerrolle Die Rotation Die funktioniert So halb Man kann auf jeden Fall Ganz schön fraggen Jetzt gibt es auf den Stairs Den nächsten Shootout Und der wird durchgehen Der Plant geht durch Damit geht man jetzt In die Double Angle Funktion In der Attack Und lässt Dönerrolle hier Ganz entspannt Mal den Retake holen So zumindest die Theorie Und auch die Praxis Bärclan Holt sich Punkt Nummer 3 Ja Auch die zweite Attack Oben Mit Erfolg Verarbeitet Sozusagen Beim Bärclan Schönes Spiel Da unten in der Bar Eigentlich Schade Dass nicht mehr Draus geworden ist Für Alpenfestung Aber Der Bärclan Da sind schöne Cross-Angle dabei gewesen Das muss ich auch sagen Warum Weil das Stellungsspiel Wie gesagt auch gut ist Es liegt halt so ein bisschen An den Abschlüssen Abschlüssen Also an beidem Ja Absolut Und deswegen Hat der Bärclan Da natürlich auch So einen kleinen Also man hat das da unten Relativ schnell gelöst Spielt dann auch den Spot auf Man kriegt den Beach Ohne Probleme durch Man kriegt einen Plant sogar durch Man hat Die Garage Sich geklärt Ja auch in der Dönerrolle Alleine Klar ist natürlich immer so eine Situation Eins versus two Nicht ganz einfach So oder so Und schon gar nicht Im Postblend Schade Natürlich für Alpenfestung Team X-Ray Gut für den Bärclan Die damit 3-0 In Führung stehen Bis hierhin Jetzt geht's für Alpenfestung Wieder runter Tja auch das war bisher Nicht so ihr Spot Da hat man jetzt Flawless ganz schön Erstmal auf den Dates Bekommen Das war natürlich Nicht so schön Aber mal schauen Ob das jetzt hier Anders wird Wie gesagt Manchmal sind's kleine Sachen Die man einfach umstellen muss Die nachher den großen Impact haben Das war grammatikalisch Sowas von falsch Die nachher großen Impact haben So muss es heißen Naja man kennt's Als Caster Die grammatikalischen Neuen Zeiten Die man erfindet Wo die jeder Deutschlehrer Den Kopf umdrehen würde Ein Glück ist Tore Nur Mathelehrer In Anführungsstrichen Und auch er ist davon Nicht unberührt Also Er hat auch manchmal So seine Momente Wie wir alle Das ist so eine Casterkrankheit Wenn du denkst Guckst Reagierst Und laberst Ja dann Kommen manchmal Sehr sehr interessante Sachen So Für den Bärklahn Geht's auch hier natürlich Als erstes mal Über die obere Etage Da klebt man sich mal durch Man hat jetzt auch einen Monty mitgenommen Benninator Und ein Mitglied von Altenfestung Sitz da oben Glaube ich sogar irgendwo Kerschen Kriegt den ersten Kill Auf New Holland Der hier Ich glaub das sogar Derjenige war der da oben War ist glaube ich Gerade durchs Hedge Runter gedroppt Wenn ich das da gerade So richtig mitgekriegt hab Ja genau Und damit jetzt hier Schon mal einen Augenblick Gezogen hat Wichtig und schön Für Altenfestung Damit nämlich Vor allem auch Schon ein Hard Picture raus Und das ist Vielleicht für den Spot Eine sehr sehr gute Idee Aber Monty ist nachgerückt Und da sehen wir Es ärgert jetzt hier Den guten Jäger Aber Kerschen Kriegt auch den zweiten Kill Und neutralisiert hier Benninator Auf dem Monty Schon mal sehr sehr gut So ist hier vielleicht Noch ein dritter Kill Drinnen für Kerschen Das ist die Frage Da kommen jetzt natürlich Flashbangs rein Aber trotzdem holt sie Kerschen Den Schüffel ab Sehr sehr schöne Aktion Hier vom Jäger Der ist damit Auf jeden Fall voll dabei Und bringt Altenfest Natürlich jetzt eine sehr gute Situation Hier möglicherweise Auch die erste Runde mal zu holen Und der Legion Der wartet da drüben im Eck Auch noch beim Strip Club All Raiders Da sehen wir es Und Joe Corden Kriegt auch den Kill Auf Basti Sehr sehr gut Was Altenfestiger gerade macht Also es geht dann auf einmal doch Los Und es ist Zero Ganz alleine Er müsste das Ace holen Hat die Diffuser noch die Die Hand Der liegt drüben beim Jäger Und muss sich da drüben Auch noch mit dem Legion rumschlagen Das wird jetzt eine Herausforderung Und es bleibt auch bei Kill für Altenfestung Diese Runde Der letzte Kill Und damit die Flawless Round Für Altenfestung Auf einmal sind sie doch da Was ganz was anders Wie die letzte Runde zuvor Willkommen auf dem Scoreboard Altenfestung Schön, dass ihr euch da jetzt Was Schönes überlegt habt gerade Um auch mal zu zeigen Wir können auch Flawless Und wir sind immer noch am Start Damit 3-1 Das ist auf jeden Fall schon mal Ein gutes, gutes Lebenszeichen Von der Altenfestung Vielleicht hat man einfach Am Anfang den Motor Nicht so richtig anbekommen Kann jetzt aber vielleicht dann Gleich in den zweiten Gang schalten Und hier Die nächsten Punkte mitnehmen Denn jetzt müssten sie im Idealfall Mit dem 3-3-Swap Aus der Geschichte rausgehen Alles andere wäre Ja Ungünstig Für sie Und würde viel, viel Arbeit bedeuten Denn wir alle können ja rechnen Alleine was man dann an Runden Wieder gut machen muss Da reicht es manchmal dem Gegner Dann schon Wenn man dann einen kleinen Fehler macht Und der sich dann zufällig Ein Ründchen holt Ja Damit die erste Runde Gewonnen in der Defense Wichtig jetzt auch Gerade bei dem Stand Wie wir es jetzt haben 3-1 Nicht den Bergklang noch weiter abreißen zu lassen Wie gesagt Altenfestung ist ja hier auch in der Defense Also potenziell Ist das sowieso schon schwierig genug Eventuell gleich in der zweiten Hälfte Und jetzt die Gelegenheit Da auf jeden Fall Genutzt zu haben Den Punkt geholt zu haben Und wenn es jetzt hier vielleicht noch auf CCTV Und Cash noch klappt Und dann muss noch eine dritte Runde her Dann höchstwahrscheinlich auf Gymbetto Sollte man hier nochmal gewinnen Dann Sehe ich für Altenfestung Zumindest noch Potenzial In der zweiten Hälfte Und dann sind sie auf jeden Fall In der Position Wo sie noch mehr Holen können Und vielleicht sogar dann Auch noch Dieses Match hier gewinnen Aber Trotzdem Bergklang drei Runden in der Tech Das wird auf jeden Fall So oder so schon Für den Bergklang Eine gute erste Hälfte gewesen sein Und die ist noch nicht vorbei Denn zwei Runden haben wir noch Und mir Holland Eröffnet Auf Kerschen Der vorhin so ordentlich Den Bergklang eingeheizt hat Wird jetzt hier direkt Als erstes Ausgezogen Das ist natürlich Schön und wichtig Für den Bergklang An der Stelle Damit potenziell Den Anfang Für den Rundensieg Für Runde 4 gemacht haben Monty Der marschiert jetzt hier Den Catwalk in Ruhe hoch Da sitzt ein gewisser Joe Korn Der versucht den da jetzt Irgendwie aufzuhalten Was natürlich Keine leichte Aufgabe ist Denn so Monty Der rückt da einfach Dem gnadenlos Auf die Pelle Das interessiert den da Überhaupt nicht Den guten Bellinator Dass der Kollege Da noch sitzt Und ja So schnell kann man sich Natürlich die Garage Und den Catwalk Auch mal klären Ja und man kann sich Auch noch ein Mobile Shield Unter die Nagel Unter die Nägel reißen Und das ist natürlich Jetzt schön für ihn Da kann er entspannt Auch nachladen Kann mal ein bisschen Seine Shots verteilen Hat also noch Ein Schild Vor seinem Schild Double Shield Da wird die Dönerrolle Aber ganz knusprig Aus dem Leben gerissen Mein lieber Gesangsverein Da hat er noch gedacht Den kriegt er vielleicht noch Aktiv Irgendwie die Wand Noch zu Reinforcen Aber sollte nicht sein Damit auch er raus 5 zu 3 Steht's bei 1,30 Jetzt knapp auf der Uhr Wenn die NATO Der Einzige Der bisher ein bisschen Einstecken musste Denn wer hat ja da hinten Auch schon gefightet Wie sonst was Und jetzt gibt's hier Den Engage Auf ihn erneut Ah Das gibt's doch nicht Da holt man Ihn einfach raus Den Jokorn Der so hart Gegen ihn gekämpft hat Zero Nimmt sich den nächsten Aus dem Leben Astraea holt Beninator raus Und jetzt geht der Plan durch Jetzt muss Astraea Mal wieder nach oben Und ich frag mich die ganze Zeit Was treibt der Smoke Da unten eigentlich Ja Warum ist ein Smoke Ungewöhnlich Onspot Der ist jetzt da unten Der ist angefragt Der ist Abseits jeglicher Jeglicher Fights Am Start Mal gucken Was er jetzt hier Macht Nichts Ist halt auch schwierig Also Wenn du dann erst Onspot rotieren musst Bei vier Leuten Die da Den Plan Schon durchgebracht haben Man hat schon gesehen Man ist auch schon Runter rotiert Also Das war schwierig Vielleicht Sollte er Wenn er schon In den Roam unten geht Nicht unbedingt Mit dem Smoke Dahin gehen Denn das wäre Schade Ihn dort oben Nachher zu vermissen Wenn man gesehen hat Der hätte jetzt nämlich Auch gut arbeiten können Gegen den Monty Frühzeitig auch Ihn da aus der Ecke So ein bisschen raus pushen Und aus dem Mobile Shield So ein bisschen In Bewegung treiben Das wäre schön gewesen Ja Schöne wäre es gewesen Aber es ist das 4 zu 1 Für den Bärclan Beninator Ach der Der auf Monty Ganz ordentlich Unterwegs ist Gefällt mir gut Es wäre fast sogar Eine flawless Runde gewesen Aber immerhin Ein Kill Lässt sich dann Alpenfestigung Team X-Ray Nicht nehmen Trotzdem 4 zu 1 Zur Hälfte Gegen Ach ne Wir haben ja noch gar nicht Hier Meine Güte Meine ist noch Es war vorhin War es die Grammatik Jetzt ist es auch noch Das Zählen bei mir Also ich weiß nicht Was schon wieder los ist Aber es ist ja noch Eine Runde Eine Defense Es ist ja Richtig Eigentlich hat man Pause Und rechnen Ja ihr Lieben Alpenfestig Fans Ihr dürft mal Ganz kräftig Hier nochmal eure Emotes Spammen Wie gesagt immer ganz wichtig Nicht mehr als 9 Stück Sonst ist der Bot immer sauer Aber gebt nochmal ein bisschen Power für die alten Festungen Die kann es gerade gebrauchen Denn die müssen sich jetzt Unbedingt den nächsten Punkt holen Sonst sieht es ganz ganz Düster aus Das wäre echt schade Wenn wir sie jetzt Weiter im Turnier Nicht sehen würden Und Bärclan Macht das Also klar Die dürft ihr natürlich auch Weiterhin anfeuern Aber die sind auch gerade So schon on fire Also Es läuft So Es sieht es aus Ein Versuch hat Alpenfesten noch Zumindest in der Defense Ein letztes Mal CCTV und Cash Sie haben den Spot Jetzt muss ich mal kurz gucken Dreimal versucht Davon ist man Tatsächlich Dreimal gescheitert Was natürlich ärgerlich ist Nur Church and Arsenal Hat es einmal Gereicht Für den Runden Sieg Das war Die eine Runde Die hat sogar flawless War Also Können tun sich ja eigentlich Alpenfesten Die Jungs von Bärclan Machen das geschickt Das ist nicht nur der Monty da oben Sondern da wird unten Auch noch mit einem Zweiten Engel gearbeitet Wir sehen nämlich New Holland Hier Unterwegs Und Oh Richtig knapp Da gerade Joe Korn ist Injured gesetzt Für den Augenblick Und auch das Gojo Schild Was man da eigentlich Platziert hat Auf den Stairs oben Beim Catwalk Hat nicht gereicht Um die da irgendwie Aufzuhalten Cashen kriegt Zero Astrea und Korn Fallen von New Holland Und Basti Der eine Fragmanade Nochmal hinschmeißt Aber Dönerrolle Kriegt auch einen Kill Auf Eye Black Das war es mit dem Thermite Auch das gar kein schlechter Kill Aber der Breach ist schon offen Deswegen wird das Bärclan Sagen wir mal Nicht ganz so wehtun Wie es eigentlich Vielleicht sonst der Fall ist Wenn da der Breach noch zu ist Und Beninator Ist nach wie vor Am Leben Auf den Monty Basti noch dabei New Holland noch dabei Mal sehen Was die Runde noch gibt Sie ist nämlich erst Halb rum hier an der Stelle Und Kerschen kriegt hier New Holland Der da glaube ich Ich weiß nicht Ob er das gar nicht gecheckt hat Dass hier der Jäger Auf einmal wieder hin rotiert Und jetzt wird es natürlich Ein bisschen grenzliger Für den Monty Da an der Stelle Ice Tech kriegt Basti Und es ist wirklich Nur noch Monty Beninator alleine Und auch der hat da Natürlich keine Chance Altenfestung Holt sich nochmal die Runde Und macht mindestens mal Das 4 zu 2 raus Wichtig Und schön Um hier Zumindest mit einer Zwar nicht optimalen Situation Aber zumindest mit einer Machbaren Situation In die zweite Hälfte zu gehen Ja und da könnt ihr mal sehen Was so ein bisschen Anfeuern bewirken kann Ihr Lieben Also Ihr dürft gerne weiterhin Eure Teams hier anfeuern Es lohnt sich scheinbar Man muss nur ganz fest Daran glauben Würde meine Mama jetzt sagen Aber ja Können sie sehr sehr gut Wir haben gestern ja gesehen Sie sind Ja Teilweise auch gerne mal Experimentell Ziehen sich als Team Sehr sehr weit auseinander Und Man muss sagen Es ist jetzt halt auch noch Nichts verloren Es ist halt nur noch Ein Stück mehr Arbeit geworden Man darf also weiterhin Auch noch Däumchen drücken Mitfiebern Es ist noch alles drin So Auf der Bergland Startet im Keller In ihrer Defense Church und Arsenal Wie der Spot so schön heißt Lineup technisch Wir haben ein bisschen Vision dabei Wir sehen es Basti auf der Valkyrie Auch Eye Black Ist zwar technisch gesehen Keine Vision Aber trotzdem Wenn man da in so eine Gou Reinsteppt Das hört man In der Regel als Defender Wenn man da irgendwo daneben sitzt Man sieht ja die Gou Meins nicht mehr Wenn man nicht Eine direkte Line Offside hat Nach dem Rework Den sie ja irgendwann mal Gebracht haben Auch bei Legion Drachs Dem viel viel Passiert natürlich da Auch übers Gehör Und man hört Wenn jemand jetzt So ein Reworker Ein reinsteppt Wenn der nur Ein, zwei Meter weg ist Beninator eröffnet Auf Ice Tech Und Astrea ist auch gleich mal Injured Und Was auch immer hier Gerade passiert ist Beninator kriegt Astrea Bevor der Reworker Von Craschen kommt Aber der Beninator Hat da seine Arbeit Effektiv gemacht New Holland Kriegt auch die Dönerrolle Oh die Kali Lebt da auch Ein bisschen gefährlich Aber kann hier Den Kill Confirmen Auf den Bandit Ja Auf die Range Ist trotzdem Nur noch One Shot Down Die Waffe Wir haben sie ja gesehen Aber der Bergplan Der hat natürlich Damit schon Ein großes Großes Loch In die Reihen Von Alpenfestung Hier Eine Schneise Reingeschlagen Sozusagen Es ist nur noch Die Kali Und ein Genauso wie Basti Jetzt weiß man Jetzt weiß man Bergplan Und äh aber da muss jetzt die Alpenfestung nochmal in die Trickkiste greifen. Ich finde es super, wie ihr hier noch die Emotes in den Chat reinhaut. Ganz, ganz klasse Support hier von euch, von der Alpenfestung Family, wie ich gerade so schön noch gelernt habe, von diesem Panda. Und dafür kennt man euch und dafür liebt man euch, dass ihr immer so fleißig am Start seid und wirklich jedes Spiel auch verfolgt und supportet. Das gibt von mir auf jeden Fall ein Chapeau. Und ja, wir sitzen natürlich jetzt hier in unseren gemütlichen Räumchen und casten das Ganze, aber man fiebert auch immer so ein bisschen mit. Also man ist da natürlich auch, wo man sagt, ey komm Alpenfestung, da geht doch mehr. Wir wissen doch, wie ihr spielen könnt. Und Beninator eröffnet an Ice-Tag erneut. Ice-Tag leider schon das ein oder andere Mal hier Opening-Frag gewesen. Jetzt gibt es hier den Versuch an der Side-Wall. Da geht jetzt die Twitch an den Start. Kann sie dort zumindest eine Wall aufmachen. Jo, aber da wird gleich neu gesetzt. Zack, damit weg. Jetzt bleibt ihm noch, ich glaube, eine hat er noch. Wenn er die nicht vorher schon genutzt hat. Aber ich glaube, die müsste er noch am Start haben. Ich glaube auch. Also zumindest hätte mich das andere auch eher verwundet. Der schon schleicht sich über die andere Seite so ein bisschen an. Der geht nämlich über das Bedroom und über Construction. Er sucht da natürlich Valkyrie-Games, die New Holland potenziell platziert. Aber so offensichtlich wird er die nicht gesetzt haben. Jokorn jetzt auch einfach rumrotiert, hat man sehr gut. Dann versuchen wir es halt von der anderen Seite. Machen uns halt hier den Breach auf. Das geht auch. Ich glaube, da bist du zu langsam dran. Guter Eye Black. Und den Breach, den kriegt man hier auch. Wenn es von draußen in Richtung ACCTV nicht funktioniert, dann auch einfach mal über Construction versuchen. Und das ist eigentlich auch kein schlechter Angriff. Das muss man immer wieder sagen. Oh, da hat Eye Black sein Gesicht ein bisschen zu weit hervorgestreckt hinter der Ecke. Und wird auch direkt bestraft. Und hier gezogen. New Holland. Und New Holland Sevilla geschmissen. Er wischt den guten Kärschen. Und Dönerrolle wird gezogen von Benni Nathur. Das ist jetzt ärgerlich. Man ist zwar immer noch hier drinnen in Construction zu zweit. Aber man ist halt immer noch zu zweit. Schön nochmal aufgepasst da auf den Jump Out beim CCB-Window. Benni Nathur ist damit auch raus. Das ist trotzdem der Vorteil für Altenfestungen, wollte ich sagen. Nachdem Joe Korn aber hier nochmal nach hinten auch aufpasst. Und sich Zero holt. Das sind zwei versus zwei. Aber Joe Korn ist low. Und die Zeit. Die arbeitet nach wie vor gegen Alpenfest. Und da ist noch ein Smoke mit dabei. Und man pusht den aber einfach durch. Astraea kriegt Basti. Joe Korn kriegt New Holland. Und was ist denn da auf einmal los? Ich hätte nicht gedacht, dass man beim Bär-Clan die so einfach reinkommen lässt. Tja, das kann halt eben passieren. Und Liebem ist abgehoben, sagt das auch gerade. Manchmal kann sich das Blatt schnell wenden. In der Tat, das kann es. Und das tat es jetzt auch in diesem Fall. 5-3. Man kommt also einen Ticken näher an diesen Vorsprung ran. Und jetzt muss der Bär-Clan natürlich erstmal eine Runde holen, um diesen Druck vom Matchpoint aufzubauen. Und das will die Alpenfestung, denke ich mal, weiterhin verhindern. Sie nehmen weiterhin zwei Hardbreacher mit. Das finde ich gut, dass man sich da weiterhin auch drauf konzentriert. Man hat jetzt allerdings nichts zum Denain mit. Außer vielleicht die Sophia. Die kann man da natürlich auch nochmal gut nutzen, um da die Gadgets rauszunehmen. Von so einem Bandit beispielsweise. Das funktioniert da ganz gut. Und wir haben den Raum CCTV und Cash erneut. Mal sehen, wie man sich jetzt hier auch seitens Bergplan umpositioniert. Das vorne an der Wall hat ja sehr, sehr gut funktioniert. Und ich denke mal, hinten ins CCTV wird man jetzt zusätzlich nochmal ein Ohr und ein Auge mit drauf haben. Normalerweise ist ja dieser Doppelaufbau CCTV und, also CCTV Wall und Construction fast schon so ein Standard geworden. Man kann es auch noch variieren mit Garage. Aber da hat man sich einfach mal von einer Seite auf die andere bewegt und das funktionierte gut. Auch ein bisschen überraschend, weil wie gesagt, normalerweise ist das ein Standardaufbau. Aber, wie heißt es so schön, manchmal ist auch eben alles ein bisschen anders. Ja, und wenn wir bedenken, wie ich es gerade auch im Chat natürlich gelesen habe, dass die Jungs vom Alpenfestung Team X-Ray ja noch so ein bisschen im Aufbau sind und so weiter, ist das auf jeden Fall keine schlechte Leistung. Die spielen ja hier auch nicht schlecht. Und der Bärklan, es ist ein Essential League Team, das wissen wir, die sind nicht schlecht. Und sie zeigen das hier auch. Dafür hält Alpenfestung Team X-Ray hier echt sehr ordentlich auf jeden Fall auch gegen. Und noch ist das Match nicht vorbei. Vielleicht wird ja sogar noch ein Sieg draus für Alpenfestung. Unmöglich ist es nicht. Man hat nur zwei Punkte Rückstand. Ist natürlich in der Attack nicht ganz so leicht, aber man hat es auch letzte Runde schon hingekriegt. Also machen wir vielleicht auch nicht nochmal diese Runde. Der Breach oben, diesmal von CCTV direkt durchgegangen. Sehr, sehr schön. Albrecht wird in den Chat gesetzt, aber nochmal direkt wieder aufgehoben an der Stelle. Aber das geht auf jeden Fall zügig vorwärts und ordentlich vorwärts, was Alpenfestung hier gerade im Moment macht. Das gefällt mir gut. Breach hat man schnell offen. Man hat auch ein Kapitaloffender, um einen schönen Operator hier mitzunehmen. Man hat einen Nomad mit dabei. Also wenn man jetzt hier sich vielleicht die Garage noch klären kann und über den Breach, über die Garage da eventuell den Plant durchziehen kann, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man auch die Runde eventuell gewinnen kann. Da gehe ich definitiv mit. Al Black ist ja jetzt auch schon ein bisschen low. Der ist jetzt im Roam tatsächlich ein bisschen angefragt worden. Der ist jetzt auch schon mittlerweile wieder zurück. Denn der Roam, den er gemacht hat, der war nicht sonderlich groß. Er war ja gerade im Begriff, los zu roamen und ist dann aber ganz schnell wieder zurück. Alleine schon, weil er was abbekommen hat und weil er eigentlich auch seine Gadgets noch verteilen wollte. Die waren nämlich, lustigerweise, gar nicht erst an der Wall dran. Das heißt, man hat sich da irgendwie ein bisschen verkalkuliert auch mit der ganzen Zeit. Basti holt sich hier Astraea mit dem Opening-Frag. Jack, Joe Korn legt nach und holt sich den Refrag. Schön gemacht. Jetzt ist man wieder Double-Sided unterwegs. Construction also auch mit am Start. Da achtet aber gerade Eye Black drauf, der jetzt gerade eben noch die Wall dort auch unter Strom gesetzt hat. Und Wamai, der saß gerade eben noch auf dem Catwalk. Müsste er, glaube ich, auch immer noch. Ja, sehen wir jetzt hier auch. Manchmal sieht es ein bisschen komisch aus. Wird jetzt aber rausgenommen von der Dönerrolle. Und das gefällt mir hier gerade sehr, sehr gut, wie sie hier mit dieser Doppeltaktik agieren. Wir sehen das gerade. Zwei, zwei Situationen haben wir über Construction und Sidewall. Genau so muss das eigentlich auch gespielt werden. Und das finde ich jetzt hier gerade echt stabil. Jetzt gibt es noch ein paar Blender hinterher. Der hat nicht gesessen. Da hat man die Nomade knapp verfehlt. Aber man kriegt aus der Garage nochmal einen Shoot-up. Cashen holt sich Eye Black raus. New Holland holt sich Joe raus. Zero holt sich den Nächsten raus. Und Bear macht das Ding hier zu. Hoppala, was ist denn da passiert? Da konnte ich gerade gar nicht folgen, was da schief gelaufen ist. Irgendwas ist da gerade in sich zusammengefallen, obwohl diese Attack gerade richtig gut aussah. Ja, man wollte da glaube ich irgendwie den letzten Push machen und auch nochmal über Construction ein bisschen Ärger machen. Mal einen zweiten Angle. Die Idee absolut super gemacht. Absolut schöne Geschichte. Es hat nur leider nicht gereicht, um dann zum Schluss die Kills auch irgendwie zu kriegen. Denn die Jungs von Bergladen, die haben das auch so ein kleines bisschen abgewartet. Und haben irgendwie dann es doch geschafft, Alpenfestung einfach auszuschränken zum Schluss. Schade, schade für Alpenfestung. Ich hätte Ihnen das sehr gegönnt, da jetzt auch noch einen 5 zu 4 draus zu machen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich gerade gelaufen für Alpenfestung. Aber so ist es nun mal. Manchmal gibt man die Runde halt dann doch ab. Und jetzt ist es leider schon der Matchpoint. Für den Bergladen, die waren gerade knapp dabei. Also das hätte durchaus auch anders ausgehen können. Aber zum Schluss zählt, wer holt sich die Runde. Und das ist der Bergladen. Und die holen sich damit jetzt auch nicht nur die Runde, sondern den ersten Matchpoint. So sieht es aus. Und Basement soll es nochmal sein für den Bergladen. Da will man jetzt nochmal diesen letzten entscheidenden Punkt holen. Alpenfestung wird auch nochmal alles gegensetzen, um das Ganze hier für sich zu entscheiden. Wie gesagt, es bleibt für sie ein hartes, hartes Stück Arbeit, das sie hier mitnehmen müssen. Und tatsächlich auch umsetzen müssen. Das kommt noch mit dazu. Ihr da draußen macht ja schon ordentlich Randale. Aber ich frage euch natürlich, wie immer ist das hier Hashtag Sack zu. Oder wird das hier noch ein Hashtag Comeback für die Alpenfestung. Ich glaube, ich kenne eure Antwort da draußen schon. Gerade bei Alpenfestung. Das sind die, die ewig hoffnungsvollen. Und das dürfen sie auch gerne sein. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und es wird auch gerade nochmal geschrieben, starke Leistung, egal wie es ausgeht hier. Das muss man auch nochmal mit dazu sagen. 6-3 kann man sagen, boah, ja, sieht jetzt aber auch ganz schön hart aus. Aber, wie angesprochen, Alpenfestung X-Ray ist das hier. Also Team X-Ray. Die finden sich gerade zusammen. Wollen sich da auch nochmal etablieren. Bei Alpenfestung. Und ich finde, sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg. In vielen, vielen Aktionen sieht man, in welch einer sehr, sehr schönen Konstellation sie miteinander spielen können. Dass sie auch gut miteinander kommunizieren. Und sich auch die nötigen Infos holen. Also sie haben das Grundgerüst für ein gutes Play definitiv mit in der Tasche. Jetzt muss man vielleicht noch bei den ein oder anderen Abschlüssen so ein bisschen dran feilen. Aber das ist ja auch erstmal alles so eine Sache der Zeit. Von daher kann man da das Äuglein auch mal zudrücken. Und wie gesagt, von mir aus gibt es auf jeden Fall auch nochmal eine sehr, sehr schöne Leistung. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie es hier weitergeht. Runde Nummero 10 sind wir dabei. Die Defense für den Bär-Clan im Basement. Wie wir sie auch schon mal gesehen haben in der ersten Defense, in Runde 7. Da hat der Bär-Clan relativ deutlich gewonnen. Wobei, relativ deutlich ist vielleicht auch sogar schon fast ein bisschen übertrieben. Aber doch auf jeden Fall ganz gut angespielt. Bin ich mal gespannt. Diesmal ist die Strategie ein kleines bisschen anderem. Man bleibt nämlich viel mehr unten und New Holland, der platziert da mal eben ein wunderschönes C4. Und der wischte gleich mal die Hibana-Kerschen. Und das verliert man direkt hier wieder in den Hard-Breacher in der ersten Phase. Und das ist natürlich ärgerlich. Jetzt muss man sich überlegen, ob man das Hedge da auch macht. Denn Dönerrolle hat nur zwei Exothermic-Charges. Zweites C4, connected aber an der Stelle nicht. Das hat man vielleicht ein Stückchen zu spät gesehen. Wobei Dönerrolle da auch glücklicherweise schnell wegrotiert ist. Ein Hedge ist aber immerhin offen, dass hier über New Holland, der da sehr mutig ist. Und da nochmal durch Moto Memorial einfach durchmarschiert. Und er kriegt sogar den Kill auf Joe Korn. Ist das denn die Möglichkeit? Astrea kriegt aber eine Reflag auf New Holland. Immerhin etwas. Jetzt versucht man da nochmal einen Reach anzusetzen. Das ist ein 4 vs. 3. Es ist auch nicht mehr viel Zeit für Alpenfestung. Denn wir haben jetzt noch eine gute halbe Minute. Reach geht hier nochmal durch. Hat also den Engel potenziell offen in Richtung Church. Man muss nur reinkommen und auch den Plant irgendwie hinkriegen. Und EinBlack, der wird es versuchen, Alpenfestung so schwer wie möglich zu machen. Die Hits, die sitzen. Aber den Kill, der soll es noch nicht sein. Dore fährt nochmal rein. Wichtig sich nochmal die Infos holen. Basti kriegt hier die Dönerrolle. Ist es das damit gewesen für dieses Match? Das sind noch 15 Sekunden. Schöner Klick von EinBlack auf Ice-Tag. Damit ist es nur noch Astrea alleine gegen 4 mit den letzten 5 Sekunden auf der Uhr. Ich glaube, er wird da nicht mehr viel machen können. Astrea auf den Man-Stays. Wir sehen ihn. Kriegt nochmal Eye-Black. Kriegt sogar eine Double-Kill. Aber die Zeit ist dann auch aus. Und es ist der Bär-Clan, die ins Finale einziehen. Dieses sechsten... Ne, stimmt nicht. Fünften Qualifier. Also das sechste haben wir morgen erst. Trotzdem GG well played. Ja, auch von mir natürlich nochmal GG well played. Das war wirklich ein sehr, sehr angenehmes Match. Wenn auch der Bär-Clan da so ein bisschen dominiert hat, gar keine Frage. Aber, wie gesagt, die Leistung, die Alpenfestung Team X-Ray da gezeigt hat, die macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und ich hoffe, sie bleiben auch im Game und werden weiterhin für uns schöne, schöne Spiele auch präsentieren. Denn ich glaube, da steckt viel, viel Potenzial drin. Und mit so einer Community kann man nichts anderes als wachsen.